Wir sind hier bei der Versaillac in Krefeld auf der Industriestraße und sind im Warnstreik und fordern 4,5 Prozent mehr. Der Warnstreik ist notwendig geworden, weil die Arbeitgeber ein unacceptables Angebot gemacht haben, womit wir uns gar nicht zufrieden geben. Weil wir sind der Meinung, das ist zu wenig, was man uns da bietet. Wir möchten mehr. Unsere Arbeitskraft ist mehr wert. Meine Arbeit hat von uns gute Leistung, Qualität und die Qualität, die gute Leistung muss auch honoriert werden von Seiten des Arbeitgebers. Wir werden hier nicht überbezahlt für Textile, mit Sicherheit nicht. Für die harte Arbeit, gerade in den Produktionen, die die Leute verrichten, finde ich, müsste da schon ein bisschen mehr kommen. Ich meine, dass wir auch mal ein bisschen mehr verdient haben als sonst, weil wir auch dementsprechend gute Arbeit leisten. Auch viele ältere Kollegen, die haben das auch verdient. Ein bisschen mehr Unterstützung zu bekommen vom Arbeitgeber, da es der Wirtschaft auch dementsprechend gut geht. Wir erwarten von dem Arbeitgeberverband, dass wir für uns ein vernünftiges, akzeptables Angebot machen, damit wir auch das ganze Tarifverhaltung hinter uns haben. Ich würde sagen, dass das auch junge Leute in die Betriebe bringt. Das macht den Beruf attraktiver. Manfred, wir stehen hinter dir. Wir drücken den Daumen. Hol das, vernünftiges für uns raus. 4,5 Prozent. Und nicht weniger. Punkt. Manfred, wir stehen auf jeden Fall hinter dir. Manfred, und ganz wichtig, hol uns auch die Altersteilzeit. Weil immer mehr Arbeitnehmer es nicht mehr schaffen, in den Betrieben bis zum Rentenalter durchzuhalten. Altersteilzeit ist nicht nur für uns Arbeitnehmer ein interessantes Thema, sondern auch für den Arbeitgeber, da er damit sich selber absichern kann, dass Nachwuchs im Unternehmen ist und somit auch seine eigene Zukunft sich hat. Wenn ein Mensch 35, 40 Jahre gearbeitet hat, seine Leistung gegeben hat, das muss auch irgendwie besser geregelt und honoriert werden. Jeder, der 40 Jahre gearbeitet hat, hat auch einen Anspruch, mal anständig mal in die Frenze gehen zu dürfen und mit einem Blumenschraut verabschieden und nicht mit einer krankheitsfähigen Kündigung. Ich bin der Meinung, die Leute sollten aus Überzeugung, sollten die der Gewerkschaft beitreten. Und die glauben nicht, wie wichtig das ist, gerade heutzutage. Alle Rechte, die wir heute zurzeit haben, sei es Urlaub, sei es Weihnachtsgeld, sei es auch Tariflohnerhöhung, dann haben wir alles den Gewerkschaften zu verdanken. Denn keiner schenkt uns was, ohne zu kämpfen. Und da ist die Gewerkschaft, IG Metall, Lokomotiv.